Am Wochenende hätte ich mit meinem Mil Jackson Project Konzerte im Norden in Hannover, Oldenburg und Hamburg gegeben. Leider alles abgesagt, deshalb heute ein Ersatz, eine Hommage an diese Konzerte, an unsere Musik. Ein Stück von mir, Plank heißt das. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.